servus freunde und herzlich willkommen zu einem zwischenvideo auf dem quad ich habe gedacht ich gehe heute mal ein bisschen in die city und schaue das macht auf jeden fall viel spaß dieses kleine ding hier zu fahren also muss ich echt sagen macht schon laune und wir haben ja noch keine 70 kubik drauf ist ja immer noch 50 in dem letzten video wollte das ding ja nicht zurecht merke dass es echt gut fährt es fährt gut ich bin vorfahrt klauen geiler tipp bin mal gespannt wie das läuft mit 70er satz ich habe jetzt auch gesehen auf youtube die alicia die hat auch eins inzwischen aber die quatsch die da die alicia die alicia scheint ja echt gut zu laufen mit den 70 kubik bei alicia habe ich noch nicht so richtig gesehen wie das ding läuft ich habe nur gesehen bei ihrem youtube video dass die einen 70er eingebaut haben aber wie es läuft habe ich jetzt noch nicht gesehen aber ich glaube das macht schon irrsinnig viel spaß wenn da 70 kubik drauf sind die sich wohl irgendwelche irgendwelche willies damit anfühlen und ob damit überhaupt die andere frage ist ja eher wenn man willies macht auch hier gehen wir hoch wenn man willies macht wie lenkt man ja so dinger sind schon ganz cool einfach und kann man mit dem roller auch machen ja ich habe irgendwie das gefühl auch nein stimmt naja kann man so sorry leute ist schon kein sprint mehr oder warum der will gefühl jetzt schon wieder nicht mehr das muss er ja aushalten das ist schon ein 50er ding ist wenn es halt ja die bullen haben ja keine ahnung davon und wenn dann können sie ja nur ärger geben für so was hier das muss ja spaß machen das muss ja spaß machen die andere frage ich eher was hält das ding aus oder mit treppen fahren ja ist ja easy der zweite was der harry gemeint hat das macht dir irrsinnig viel spaß ja vollkommen recht die dinger machen übertrieben viel spaß so geht es auch hoch ja hoch geht es auch juhu boah alter ja super naja gut das sind halt nur 50 kubik hab noch kein zylinder bestellt für das ding da ja kann ja ich sch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017